Leute, erzählt doch mal, was wollen wir gerne mal lernen? Ich will heute mal ein bisschen mit euch Nachhilfeunterricht machen. Schaut mal, wir können uns heute beschäftigen. Ich bin also jetzt Lehrer, ich will ganz kurz mal nochmal dazu erzählen. Ich bin jetzt also Lehrer an irgendeiner Schule, hab die Gruppe Quitschi Muti gegründet. Man kann hier bei der Anton-App Spiele freispielen, indem man Übungen macht. Mein Name ist Meister Buu. Wenn ihr also Moin Meister sagt, dann müsst ihr bitte Moin Meister Buu schreiben in den Chat. Ich hab nämlich hier reingeschrieben, dass mein Name Quitschi Buu ist. Und ich möchte mit Lehrkräften mit Meister angeregt werden. Und dann haben wir Meister Buu. Was, Englisch willst du lernen? Och, jetzt ausgerechnet Englisch? Warte mal. Ich glaube, Englisch haben wir hier nicht drin. Nee, Englisch gibt's hier nicht. Du könntest Deutsch. Was bist du für eine Klasse, Luca? Zehn mal. Du musst ja mindestens älter als 13 sein. Also nehme ich mal an, du bist eher so 9. oder 10. Klasse, oder? Biologie ist ja auch also gar nicht meins. Da gibt's ja Sachen, da hätte ich jetzt nicht mal Bock drauf, das zu machen. Deutsch, 4. Klasse, das wäre auch mal entstanden. Das macht mein Sohn ja gerade. Aber ich glaube, Deutsch ab der 6., 7., 8. Klasse, da wird's ja viel zu sehr um Texte lesen gehen. Da hab ich auch wenig Interesse dran, ne? Achte Klasse Mathematik. Wollen wir da mal reingucken? Da musst du ja gerade aktuell Terme mit Variablen machen, zum Beispiel. Finde ich sehr gut, ne? Finde ich sehr gut. Dann machen wir mal eine Übung. Das ist ja, das ist was, was die 8. Klasse machen können muss, ne? Um Produktterme so einfach wie möglich zu schreiben, dürfen überflüssige Malpunkte... Hallo? Hallo? Ja? Weggestrichen werden. Beispiel für überflüssige Malpunkte sind Malpunkte, die zwischen einer Zahl und einer Variablen stehen. Das ist doch einfach. Oder, Luca? Das ist das, was du kannst. Hab ich recht? Luca, erzähl mal. Ist das das, was du kannst? Komm, sag mal. Das ist jetzt... So mach ich übrigens... So muss Unterricht gestaltet werden. Das find ich super. Ich bin da totaler Fan davon, ne? Erzähl mal, Luca. Das ist doch... Komm, hau raus. Kannst du das oder kannst du das nicht? Haha. Wenn du Fragen hast, frag sie. So. Dann gucken wir mal weiter. Kein überflüssiger Malpunkt steht natürlich zwischen der Zahl 3 und 5. Völlig logisch, ne? Ich dachte, es kommt was Fordernderes. Hahaha. Pass auf. Das ist ja... Warte mal. Das ist 8. Klasse. Das ist der Anfang. Mach meinen Supermarkt. Dann machen wir das gleich. Wir gucken gleich rein bei meinen Supermarkt. Da war ich krank. Haha. So. Man muss aber darauf achten, dass notwendige Malpunkte stehen bleiben. Der Malpunkt zwischen zwei Zahlen darf zum Beispiel nicht weggestrichen werden. Ja? Also 35x ist ja nicht 3 mal 5 mal x. Aber 3 mal 5x ist auch falsch. Ist egal. 3 mal 5x ist auch falsch. Ist 35x. Ist 15x. Ist auch egal. Ist ungleich. Okay, die Rechnungen sind leicht. Aber da war ich krank. Okay. So. Wenn vor einer Variabend eine 1 steht, kann man sie auch weglassen. Logisch, ne? 1x und x ist ja das gleiche. Wissen wir. Leute, jetzt machen wir mal. Blick auf die Malpunkte, die weggestrichen werden können. Ja. Na, hier können eigentlich alle weggestrichen werden, ne? Jetzt wird es vordernd. Jetzt pass auf. Jetzt geht es los. Okay. Wo kann man hier weglassen? 4 mal 6 mal. Also 46y ist nicht 4 mal 6 mal. Y, das wäre ja 24y. Also kann nur das hier hinten weggestrichen werden, ne? Bin ich gut? Leute, sagt mal. Pass auf. Markim. Pass auf. Wir kommen gleich. Du wirst... Markim. Du wirst gleich hier guck, guck, guck. Gucke. Ja. Hier wird es schon... Jetzt geht es los. Jetzt kommt... Pass auf. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Wo soll ich wegstreichen, Leute? Wo kann ich wegstreichen? Ja. Ihr seid... Also, Luca, du weißt das natürlich. Wo kann man wegstreichen jetzt hier? Was muss weg? Das kommt. Ihr werdet hier gleich sehen. Das ist jetzt... Wir machen gerade... Wir machen jetzt was anderes. Nach der 5. Genau. Wir machen jetzt gerade Matheklasse 8. Ja? Ihr könnt gleich mal binomische Formeln auseinandernehmen, auch Freunde. So. So. 11 mal 2 Quadrat minus 1 mal x. Ja? Ist auch... Luca, komm. Hau in den Chat. Wo soll ich es hinschreiben? Welches Mal ist er weg? Die 1 oder die 2? 1 für das linke, 2 für das rechte. Komm, wir machen das jetzt. Jetzt geht es los, Freunde. Ich bin doch zum ersten Mal in meinem Leben in der Just Chatting-Kategorie. Also, nicht zum ersten Mal, aber wir machen jetzt mal hier wirklich Just Chatting gerade. Ja? Die Bella, du kannst natürlich auch mitraten, wenn du Lust hast. Die 2. Markim weiß das. Markim, das ist für uns zu einfach, ne? Das ist für uns noch zu einfach. Aber pass auf. Wir kommen da. Pass mal. Wir machen das gleich. Hier machen wir natürlich auch... Das kann weg. So, pass auf. Luca, das war zu spät. Sie sind raus. So, wir haben erstmal hier... Das Lernen hat sich gelohnt. Ja, das war... Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Wir haben eine Münze verdient. Okay, Markim, wenn das zu leicht ist... Zwischen zwei Daten, das hast du gut erkannt. Genau. Dann machen wir mal hier unten... Gehen wir mal hier. Therme zu Aussagen aufstellen. Wollen wir das mal probieren, Markim? Dann machen wir mal was forderndes. Das ist einfach. Oder? Welcher von denen ist das Richtige? Tanja hat zwölf Lollis und teilt die unter den drei Kindern gerecht auf. Das ist ja einfach. Oder, Leute? Das ist zwölf durch drei. Seht ihr das richtig? So. Guck mal, mit Puzzlestücken und so. Linda bekommt zum Geburtstag von jedem Gast drei Geschenke. Sie hat zwölf Freunde eingeladen. Linda bekommt zum Geburtstag von jedem Gast drei Geschenke. Sie hat zwölf Freunde eingeladen. Die Frage wäre jetzt, ne? Anzahl Geschenke ist x. Wie groß ist x? X ist zwölf mal drei oder dreimal zwölf. Genau. Luca, warum machst du so eine Verzögerung? Bist du etwa ein bisschen hinterher im Stream? Oder bist du im Schreiben langsamer? Geh doch mal aus, du Mörder da. Der Fernseher muss ja nicht schwarz da an sein, die ganze Zeit. Und schon raucht es wieder in meinen Ohren, weil der Fernseher aus ist. Na gut, zwölf mal drei ist richtig, ne? So. Okay. Es wird gleich so spannend. Bei einem Leichtathletikturnier werden pro Wettkampf drei Medaillen vergeben. Pro Wettkampf werden drei Medaillen vergeben. Also haben wir Anzahl Wettkämpfe x drei. Logisch, ne? Komm, wir warten. Das wird gleich richtig. Paul wirft den Ball immer drei Meter weiter als Stefan. Na okay, es bleibt ja nur noch x plus drei übrig. Also, immer drei Meter weiter, heißt Meterzahl von da plus x. Ah, Handy hat Verzögerung. Okay. Okay, daher liegt das. So, also heißt das, das ist klar. Und jetzt wird es bestimmt spannend. Jetzt pass auf. So. Setze die Terme mit den richtigen Sätzen zusammen. Tanja teilt die zwölf Läuze unter drei. Na, das ist doch... Das ist nur noch ein Beispiel, oder? Muss ich jetzt noch mal was nachlesen? Ne, das ist alles richtig so. Das ganze Geld von Ralf, Rolf und Rudi wurde gesammelt. Das Geld von... Das ist ja auch alt. Das ist ja... Jetzt wird es ja wirklich einfach. Das ist ja nicht wild. Das ganze Geld von... Also ich dachte ja immer, achte Klasse ist schwerer, ne? Aber soll ich auch was sagen, Leute? Das zähle ich eben. Wisst ihr, wisst ihr was das Ding ist? Wenn ich so meine Schüler manchmal habe, die das hier nicht mehr können. Die das nicht wissen, wie das geht. Da denke ich immer... Ja, ist halt auch schwer, achte Klasse, ne? Aber, Leute, das ist ja... Witz ist das ja. Wie kann man sowas nicht können? Okay, das ganze Geld von Ralf, Rolf und Rudi wurde gesammelt. Also wird das Geld von X, von Y und von Z einfach nur addiert, oder? Wie seht ihr das? Na gut. Dann müsste es ja hier ein bisschen wilder gleich noch werden. Ja, Preis ist X, davon die Hälfte, also X durch 2, hä? Das kommt gleich noch, das ist ja der Anfang. Das ist jetzt das Vorgeplänkel. Nachher bin ich raus, dann lasse ich euch das machen. Viktoria springt heute dreimal so weit wie gestern. Gestern sprang sie 12 Zentimeter weiter als Mark. Haha, okay. Seht ihr? Schon, jetzt dürft ihr euch Gedanken machen. Sobald bei Mathematik Buchstaben auftauchen, habe ich keine Lust mehr. Höre ich ständig. Höre ich. Ich seh mich schon nächste Woche wieder, übernächste Woche. Genau das, ne? Ich hatte Mathe gemacht, bis Buchstaben reinkamen. Ich wüsste, mein Sohn ist in der vierten Klasse. Der hat jetzt schon Buchstaben drin. Aber ich kann euch sagen, meine Schüler, die machen sowas hier in der Hausaufgabe. Das kann ich euch sagen, du. Wenn das nicht aufhört, dass die immer hier, kann ich nicht, kann ich nicht, ne? Hab bis 14 gezählt. Also, dass es eine 14 Sekunden Verzögerung am Handy gibt. Boah. Ja, ich sag mal, ist ja auch egal. Das ist ja auch bei jedem anders, übrigens. Meine Frau und ich haben letztens bei, gleichzeitig bei diesen, bei, äh, hier, Para, der heißt ja jetzt Parakoyal oder Pararugal, wie heißt das jetzt, ne? Reingeschaut, gleichzeitig. Und, ähm, da war bei mir das auch etwa drei Sekunden schneller als bei ihr. Und da haben wir auf einer Couch zwei Handys gelegt. Also, das, ähm, ist ja auch egal. Die Erin YC, die macht das ja manchmal auch, die macht das, äh, ja, genau. Paracode, wie Karl. Okay. Das werde ich mir so schnell nicht merken können. Paracode. Das werde ich mir so schnell nicht merken können. Genau. Why Karl? Hm, okay. Also, auf jeden Fall, ähm, ich finde das am besten, was wir in Mathe was anderes machen als das hier. Ja, Quatsch. Quatsch. Also, pass auf. Das ist ganz einfach, ne? Also, gestern sprachen sie zwölf Zentimeter weiter als Markt, das heißt also x plus zwölf und heute ist sie genau dreimal so weit gesprungen. Der mit 13 im Markt, das ist auch nicht so, oh, das ist ja doch relativ weit schon, ne? So, und, äh, dann ist das Letzte, jetzt wird es spannend. Männer kauft fünf Brötchen und drei Flaschen Wasser. Naja, fünfmal das plus dreimal. Okay, das ist also einfach so, aber das muss ja mal schwerer werden, das muss ja schwerer werden gleich. So, haben wir geklärt. Pass auf, jetzt geht's weiter. Jedes der zwei Enkelkinder bekommt von Oma und Opa vier Stücke Kuchen. Also, jedes der zwei Enkelkinder bekommt von Oma und Opa vier Stücke Kuchen. Dann kann das ja nur das hier sein. Das ist auch noch einfach. Ein Viertel der Einnahmen wird für einen guten Zweck gespendet. Hm, das ist auch einfach, Leute. Da brauchen wir uns auch keinen Kopf machen, ja? Das, wir werden schon noch gefordert. Anna hat beim Loseziehen viermal so viele Nieten wie Gewinne gezogen. Oh, viermal so viele Nieten wie Gewinne gezogen. Anna hat beim Loseziehen viermal so viele Nieten wie Gewinne gezogen. Das heißt, sie hat, genau, sie hat X plus viermal X gezogen. Katze Schrödinger, links. Danke, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. In unserem, wir machen ein bisschen Mathe-Nachhilfe-Livestream. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und, guck mal, genau. Also, sie hat X plus viermal X gezogen, ne? Richtig. Und dann das letzte. Jeder Läufer bekommt für die Teilnahme am Marathon zwei Startnummern und ein T-Shirt. Also, jeder Läufer, X, ja, X-Läufer, aber jeder bekommt zweimal plus einmal. Das ist so einfach, nicht? Das ist einfach jetzt noch. So, und jetzt kommt das letzte. Marki, wir machen gleich den Test. Marki, wir machen jetzt, wir machen gleich den Test. Pass auf, wir machen den Abschlusstest gleich. Das machen wir. So, aber letzte, letzte, letzte. Marco subtrahiert das Alter von Peter von seinem Alter und addiert fünf. Ja, jetzt, Leute, jetzt könnt ihr. Na los, jetzt könnt ihr. Ich lese das nochmal vor. Marco subtrahiert das Alter von Peter von seinem Alter und addiert dann fünf. Evil Show Level 19. Leute, was macht ihr da? Ich hab gestern Abend auf dem Handy noch ein bisschen gespielt. Wie macht ihr das? Wie geht das? Ich muss ganz kurz nochmal was, ganz kurz, muss ich nochmal ganz kurz was? Wo ist das jetzt? Ach komm, ich bin zu langsam, wa? Na ja, jetzt war es zu spät. Ich war zu langsam. So, 24 Stunden schon wach. Warum denn das schon wieder? Warum machst du das? Warum schläfst du nicht? Das haben wir letztens schon mal gehabt, das Problem, dass du nicht schläfst. Warum machst du das? Okay, pass auf. Also nochmal. Soll ich das jetzt für euch lösen? Ich dachte jetzt hier, Luca, du haust es raus, dachte ich jetzt. Also, Marco subtrahiert das Alter von Peter von seinem Alter und addiert dann fünf. Also heißt das, äh, genau. Sein Alter minus das Alter plus fünf. Das ist so primitiv, ne? Das ist so einfach. Luisa hat beim Flohmarkt viermal so viele CDs gekauft wie Daniel. Das ist ganz einfach, klar, logisch. Das ziehen wir durch jetzt, wir machen hier volle Punktzahl bei allen. Rico pflückt für seine Mama zum Muttertag zwei rote und vier weiße Blumen. Ja, das ist ja auch interessant. Evil ist bei mir im Markt. Ah, er spielt hier gerade schon. Ich komme gleich reingucken, ne? Wir kommen gleich mal bei Roblox gucken gleich. Jedes Kaninchen hat drei Kinder, jedes Meerschweinchen hat vier Kinder und jeder Hamster hat fünf Kinder. Die Zoohandlung hat bereits 35 der Nagetierkinder verkauft. Jetzt guckt mal, das ist schon mal eine richtige Aufgabe, ne? Nachtachtwicklerle sind allgemein effizienter. Das glaube ich zu stimmen, weil, ich glaube ich, dass es stimmt. Es ist, dass nachts wach bleiben, das muss man sich echt gewöhnen, ne? Also das ist schwierig, aber das stimmt, weil auch in der Arbeitswelt, so in der Spätschicht schon so ab 17, 18 Uhr wird es schon deutlich ruhiger meistens. Und Nachtschichten ist wirklich meistens so, dass man da sehr effizient arbeiten kann. Man kann Probleme abarbeiten, weil keiner einen nervt, weil keiner was von einem will, weil keiner stören kommt, ne? Das ist wirklich so. Also drei, jedes Kaninchen hat drei Kinder, jedes Meerschweinchen vier, jeder Hamster fünf und 35 davon wurden schon verkauft. Was muss denn Modarbeiten machen? Was sind Modarbeiten? Achso, bei irgendeinem Streamer quasi zuschauen oder hab ich das falsch verstanden gerade? So, wir machen jetzt eine Sache, bevor wir bei Roblox reingehen. Wir machen jetzt zum Thema Terme entwickeln und Terme umstellen. Machen wir den Leistungstest mit mehreren Variablen aufstellen und so weiter und so fort. Wir machen jetzt den Abschlusstest und wenn wir jetzt hier mit 100% rausgehen, dann ist Mathe für uns, dann haben wir Mathe durchgespielt, Leute. Dann ist das so, dann ist Mathe ja nun ganz primitiv. Und wenn jetzt irgendjemand noch eine andere Idee hat... Klicke auf die falsche Aussage. Leute, siehst du gerade mit? Na, raten, du kannst das. Du kannst das. Klicke auf die falsche Aussage, ne? Der Malpunkt zwischen dem X und dem Y kann weggestrichen werden. Das ist richtig. Der Malpunkt zwischen 3 und 5 kann weggestrichen werden. Das ist falsch. Das ist richtig. Der Koeffizient des XY-Terms ist 15. Naja, gut. Also der Malpunkt zwischen der 3 und 5 kann weggestrichen werden, das ist falsch. Ne? So. Hey, das geht aber schnell. Was sind das für kleine Mini-Leistungstests? Weiter. Klicke auf die falsche Aussage. Falsche Aussage. Die Gleichung hat keine Lösung. Stimmt nicht. Der Koeffizient des Y-Terms ist 3. Haha. Okay, Leute. Ich bin ja insgesamt gegen das Konzept von Malpunkten. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt gerade komme ich in die Richtung, wo es für mich auch ein bisschen anstrengender wird. Weil jetzt kommen nämlich die Begriffe rein. Der Koeffizient, ja, der Quotient und so weiter. Und dann musst du natürlich genau überlegen. Der Koeffizient des Y-Terms ist 3. Das stimmt ja. Der Malpunkt zwischen 2 und X kann weggestrichen werden. Das stimmt. Das ist richtig. Die Gleichung enthält 2, aber das stimmt auch. Also ist ja die Aussage, die Gleichung hat keine Lösung. Die ist falsch. Was sagt ihr? Soll ich das mal so einloggen? Das wäre jetzt das hier für Wer wird Millionär oder für Hast nicht gesehen, was das so gibt. Meine Frisur, ey. Ich muss unbedingt mal wieder schneiden lassen. Aber ich könnte auch meine Mütze aufsetzen. Also, die Gleichung hat keine Lösung. Ich denke, dass das falsch ist. Seid ihr mit mir konform? Soll ich das mal so lassen? Ich setze mal meine Mütze auf hier. Meine Haare, das sieht ja so blöde aus. Also, mit Mütze sehe ich auch blöde aus. Aber das ist übrigens eine Einzelanforderung. Was heißt keine Lösung? Also, das würde bedeuten, dass wenn das einfach nur aus Variablen bestehen würde, gäbe es keine eindeutige Lösung. Aber jetzt, weil wir ja nicht wissen, was Fakt ist. Aber an der Stelle jetzt hier sehe ich, dass hier hinten eine ist gleich 5 steht. Für mich ist das die Lösung dieser Gleichung. Das ist eine lineare Gleichung. Das stimmt. Das stimmt. Bist du Voice bei Roblox? Na, nö. Würde ich jetzt nicht. Nö. Ich würde jetzt einfach mal reingehen und mal gucken. Komm, bei euch. Oder sollen wir da mal in Voice reingehen? Können wir auch machen, ne? Ich prüfe das mal. Also, die hat natürlich eine Lösung. So. Und jetzt kommen wir hier noch. Das letzte. Ich glaube, das vorletzte. Die Art des Terms ist eine Differenz. Nö. Ich klicke auf die falsche Aussage. Alle Malpunkte sind überflüssig. Das ist richtig. Der Koeffizient von x ist 2. Das ist falsch. Die 1 kann weggestrichen werden. Das ist richtig. Das heißt, guckt mal. Wir haben eine Differenz. Das stimmt. Denn 1x minus 3yz ist eine Differenz. Alle Malpunkte sind überflüssig. Das ist Quatsch. Denn es ist richtig. Denn wir können die alle wegstreichen. Die 1 kann man auch. Also muss das ja falsch sein. Denn hier müsste 2x stehen, damit das richtig ist. Also auch das falsch, ne? So. Weiter. Und jetzt. Das ist ja witzlos. Okay, Markim. Das war. Wie hätte die Übung gefallen? Ich fand sie gut. Ich fand sie gut. Ja? Ihr seht, wir haben jetzt also. Das ist halt einfach. Wir haben nur mal ein bisschen Anton-App gemacht. Vielleicht war es auch einfach zu leicht, das Thema. Vielleicht hätten wir weiter runtergucken sollen. Vielleicht hätten wir mit Wurzeln was machen sollen, ja? Mit Wurzeln addieren und subtrahieren. Vielleicht hätten wir alle Zahlen uns mal anschauen können. Vielleicht hätten wir auch... Das ist auch geil. Flächeninhalt und Umfang von Dreiecken. Das ist ja schon wieder so ein Ding, was mir gefällt, ne? Wir könnten natürlich uns mal mit Dreiecken beschäftigen, ne? Kosinus, Sinus, Tangens, Innenwinkel, Außenwinkel. Oh, das wäre auch schon wieder... Mhhmm. 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 Leckerli für mich, ne? Hätte ich dafür voll Bock drauf, muss ich ja mal zusagen, ne? Aber, ne. Ich will euch ja auch nicht langweilen mit so ein bisschen Mathematik. Ne, ne. Das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu langweilig für euch, Freunde. Aber, wenn ihr da auf sowas Lust habt, wir können das ruhig öfter mal machen, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr Mathematik oder Deutsch oder wie auch immer, ne? Wenn da was nicht geht, ja? Wir können mal gucken, ob wir dazu was finden hier drin und können es mal durchspielen. Ja? Fände ich total cool. Ich finde es gut, wenn man ein bisschen was lernt im Livestream. Ja? Ich finde das gut. So, jetzt.